Teil 40 MI5 Dienstag, 23 Uhr Sie stiegen in eine dunkle Limousine, die in der Cold Harbor Lane parkte. Scotland Yard erkundigte sich Carlo kühl, als er neben Wynwood im Auto saß. Nein, MI5, mein Partner Barry arbeitet für die MET, also New Scotland Yard, antwortete Wynwood in einem überaus freundlichen Ton. Hier ist meine Identitätsmarke. MI5, der Inlandsgeheimdienst Carlo musterte die Marke misstrauisch. Wynwood warf Carlo einen belustigten Blick zu. Dann wurde seine Mine ernst. Herr Gerber, Sie stehen, seitdem Sie sich in London aufhalten, unter Personenschutz. Nett, dass ich auch davon erfahre. Und warum? fragte Carlo kühl und legte die Marke auf das Armaturenbrett. Chrissy beobachtete ihn im Rückspiegel. Eine steile Falte hatte sich auf seiner gefurchten Stirn gebildet. Er wirkte um Jahre älter. Eine mächtige, international agierende Organisation hat großes Interesse an dem ihnen anvertrauten Quantenrechner. Die kriminellen Herrschaften würden auch allzu gerne über ihr inzwischen umfangreiches Know-how verfügen. Heute wurden uns Informationen zugespielt, dass das Syndikat keine Risiken mehr scheut, ihrer habhaft zu werden. Sie nehmen mich auf den Arm, oder? Der britische Auslandsgeheimdienst hatte den Rechner doch die ganze Zeit einbehalten. Was soll das Ganze? Morgen bekommen sie den Quantenrechner zurück. Und die Herren vom Syndikat könnten jederzeit zuschlagen, gab Wynwood trocken zur Antwort. Meine Kollegin Britta Hellström hat bisher so gut es ging auf sie aufgepasst. Britta? Britta ist Agentin des MI5? Nicht im herkömmlichen Sinn. Sie ist eine hochspezialisierte Mitarbeiterin. In erster Linie als Informatikerin für uns tätig. Der Sondereinsatz bot sich in diesem Fall an. Ich werde Ihnen die Geschichte erzählen, soweit sie uns bekannt ist. Nur zu. Reading, ein Handlanger des Syndikats, versuchte Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Reading? Mit mir? Ja, einmal in der Bar im Hilton. Er ist Mitte 50, mit dezentem Glatzenansatz, schlank, eher unauffällig. Wollte sie zu einem Drink einladen. Sagt mir nix. Er war auch mehrmals im Fitnessclub, trug einen hellgrünen Trainingsanzug. War neben Ihnen am Rad, trainierte immer in Ihrer Nähe. Vielleicht erinnern Sie sich. Das war Reading? Ja, das war Arthur Reading. Nun, Sie haben seine Annäherungsversuche souverän abgeblockt. Er bekam Order, den Kontakt über Chrissy herzustellen. Ist ihm nicht ganz gelungen. Er hat mit seiner Masche nur die Neugierde der Teenager geweckt. Ihr habt ihm hinterher spioniert. Detektiv gespielt. Wynwood wandte sich zu Chrissy. Warum nicht? Woher sollten wir wissen, dass Reading für ein Verbrechersyndikat arbeitet? Fauchte es aus dem Heck. Wynwood räusperte sich. Wie schon gesagt, Reading kam nicht weiter. Zudem wurde der Quantenrechner vom MI6 unverhältnismäßig lange einbehalten. Die Bosse witterten Konspiratives und machten Druck. Sie setzten weitere Leute auf sie an. Ehrlich? War die Frau in der Tate etwa nicht vom MI6? Unterbrach ihn Carlo. Äh, doch. Sie hatten nichts mit dem Syndikat zu tun. Bei der Sache in der Tate handelt es sich um ein typisch britisches Koordinationsproblem. Ein typisch britisches Koordinationsproblem? Geht das auch etwas präziser? Bei uns gibt es den technischen, den militärischen, den Auslands- und den Inlandsgeheimdienst. Das ist notwendig und gut, aber manchmal entstehen Interessenskonflikte. Diesmal sind uns die Kollegen vom MI6 ins Gehege gekommen. Die beiden waren Britta sofort aufgefallen. Die Frau kannte sie sogar. Erinnern Sie sich, Britta ging in der Tate auf die Toilette. Von dort aus rief sie in unserer Zentrale an und die zwei wurden kurz darauf zurückgepfiffen. Die Kollegen vom MI6 waren wegen einer internen Voxhall-Sache aktiv. Das hatte keine Priorität. Wir befürchteten zu diesem Zeitpunkt ein Kidnapping und mussten sie unbedingt schützen. Britta sollte sie nicht mehr aus den Augen lassen. Den Rest können sie sich wahrscheinlich denken. Ja, Carlo kapierte jetzt, warum ihm Britta in der New Tate den seltsamen Vorschlag machte. Von wegen Schutz der Privatsphäre. Wieso ist das Yard involviert? Fragte er weiter. Wir vom MI5 ermitteln, haben aber keine Berechtigung, jemanden festzunehmen, antwortete Wynwood mit einem bedauernden Lächeln. Das fällt in den Aufgabenbereich der Metropolitan Police. Daher arbeiten wir mit der MET eng zusammen. Die Ambulanz bremste vor dem Eingang der Notaufnahme. Raymond wurde aus dem Rettungswagen geschoben. Die Sunnies montierten die Trage auf einem fahrbaren Untersatz. Madison war an Raymonds Seite. Wynwood bremste und parkte im absoluten Halteverbot. Chrissy schlüpfte aus dem Auto und eilte zu den anderen. Raymond war wach. Hallo, wie fühlst du dich? Mitfühlend schaute sie ihn an. Ganz okay. Bis auf die Rippen auf der rechten Seite. Die tun wahnsinnig weh. Er lächelte sie blass an. Habt ihr, Red? Chrissy nickte. Krass. Raymond schloss die Augen. Jetzt reicht's aber. Ab mit euch. Verscheuchte der Sanitäter die Zwei und karte Raymond in die Notaufnahme. Winwood redete immer noch unablässig auf Carlo ein, der sich ans Auto lehnte. Er wirkte zerknittert und mitgenommen. Als die Mädchen zu ihnen traten, hielt der Agent mitten im Satz inne und lächelte zuckersüß. Stören wir? Fragte Madison. Nein. Wie geht es eurem Freund? Er ist nicht mehr bewusstlos, sagte Chrissy. Ich habe im Moment keine Fragen an euch. Die Sache scheint auch so ziemlich klar. Ihr solltet ab jetzt die Finger vom Detektiv spielen lassen. Ihr seht, wohin das führt, sagte Winwood und nickte grob in Richtung Notaufnahme. Ach ja, Herr Gerber, Sie kümmern sich um den Jungen, nicht wahr? Und bitte denken Sie an unsere Verabredung. Hier ist meine Visitenkarte. Winwood drückte ihm ein Stück Papier in die Hand. Bevor ich es vergesse, zwei weitere Kollegen werden ab jetzt in Ihrer Nähe sein. Sehen Sie die beiden Männer dort drüben. Merken Sie sich bitte Ihre Gesichter, ja? Falls es ein Problem gibt, können Sie sich jederzeit an die Herren wenden. Bis morgen. Er stieg in sein Auto und brauste mit quietschenden Reifen davon. Das war Teil 40 von Scromax London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de Loki. Das war Teil 40 von Scromax London.